Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14, in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch, die Burschen schneidig, die Dirndl sitzsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals, denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute geht es um eine peinliche Intimität, denn angeklagt ist der ehrenwerte Schmiedemeister Thomas Huber von Dürling und auch die Bienen des Herrn Pfarrer spielen eine bescheidene Rolle. Ich bitte um Ruhe! Da schreien Sie, Herr Rath, was man mit mir gemacht hat. Meine niegelnagelneue Drehorgel hat er mir zusammengekaut, total zusammengekaut. Da sind keine zehn Töne mehr drin in dem Instrument. Ach was, die lassen sich überhaupt nicht mehr spielen. Nummer acht, mein Herz, das ist ein Bienenhaus. War reingeschalt, wie der Wüstling, der Unverschämte, mit seinem großen Schmiedhaller, der hergekaut ist und dreughaut hat, dass gerade so die Fetzen geflogen sind. So ein Rohling, ein typischer Tierlinger halt. Die haben überhaupt keine Kultur. Mein schönes Instrument, weil ich so volle Harmonie gehabt habe. Ja, ist schon gut, Herr Kläger. Glaubt es Ihnen, die Drehung ist kaputt, nicht wahr? Schaut drum, jetzt kommen Sie einfach mal her und erzählen Sie mir den Hergang. Hergang? Ja, da gibt es nichts zum Erzählen, Herr Rath. Der Mann da spinnt. Man hat doch nicht einen fröhlichen Musikanten, der war nix, denkt an seine Melodie, mir nix, dir nix, sein Instrument zusammen. Nein, das tut man normalerweise nicht. Darum wollen wir ja die näheren Umstände erfahren. Deswegen sind wir ja da, Ingerl. Ja, Herr Rath, der hat ja gar keine Umstände nicht gemacht. Der hat ja einfach gleich dreigeschlagen. Meine schöne, nüggelnagelneue Drehorgel. Da sind keine fünf Töne mehr drinnen. Barbar! Holt's mei! Herr Kläger, jetzt lassen Sie mal bitte den Angeklagten einstweilen in Ruhe und erzählen Sie mir, wie es nach Ihrer Meinung zu der Harmonievernichtung da gekommen ist. Komm her, da. Ich hab ich geschaut um das schöne Instrument, das so eine vollklingende Harmonie gehabt hat. Ja, Herr Ingerl, das haben Sie jetzt schon einmal gesagt. Weiter. Ja, und die Bässe, die waren besonders stark. 57 Mark hat's gekostet aus zweiter Hand. Der vorige Besitzer, der hat im Gefecht von Barzales seine rechte Haxen verloren und die ist halbe vom Hofbräuhaus gehob. Und von dem seiner Witwe hat's erst vor vier Wochen meine Frau aus München mitgebracht, wie sie einen Korb voll Biersten verkauft gehabt hat. Ich hab einen Mords frei gehabt an dem schönen Instrument. Und der Dürminger Drehkopf, der Gscherl, haut mir's zusammen. Hoi, 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 sagen Sie mal, bestellen Sie sich eigentlich den Vorgang der Verhandlung vor, bei allem Wohlwollen, aber so geht's nicht, Ingerl. Und im gesamten Bezirksamt Geisbach hab ich aufspielen dürfen. Ja, das hat sich das Geschäft gleich besser anlassen, wie jede Birstenbinderei. Acht Nummern hab ich drauf gehabt und in jeder... Ja, Sie reden und reden bloß nicht das, was ich brauche. Es hilft mir nix, wenn Sie anstauern, bloß von Ihrem Gewerbefleißen, von Ihrem Instrument, erzähl, Ingerl. Schon, Herr Amtsgerichtsrat, aber... Was aber, reden Sie halt, Ingerl. In jedem Bauernwirtshaus ist die Stuben voller Leid geworden, wenn ich mit meinem Instrument das Aufspielen angefangen hab. Ja, da sind Sie grad so dahergekommen, die Herren Ökonomen. Und die Wirtin vom Dürling zum Beispiel, die hat mir schon ins Ohr geflüstert. Infallit hat's gesagt, die ganze Zech, alles, was du trinkst und isst, hat's gesagt, brauchst nicht zahlen. Ja, und die soll noch recht fleißig kommen und recht fein aufspielen, hat's gesagt. Sie, Ingerl, gleich spiel ich Ihnen fein auf, gell? Ja, hat's gesagt, die Frau sitzt doch draußen, als Zeugin. Was los, Ingerl, wenn Sie sich nicht auf das Wesentliche beschränken können, dann verhandle ich hier einfach nicht weiter, ne? Dann können Sie mit Ihrem musikalischen Kleinholz da hinten ohne Rechtsspruch abziehen, gell? Jawohl, Herr Rath. Weiter. Ja, aber man muss das auch bedenken, dass ich in ihm verliebt bin, von 1870, da wollen Sie dann dabei gewesen, wo wir in der Pullung gefangen haben und wo ich meinen steifen Haxen hier hab. Herr, schenke mir... Wenn's um meine Gerechtigkeit geht, dann kann ich auch stehen. Naja, 58 Mark ist ja letztendlich auch kein Dreck, nicht? Sie können sich's offenbar nicht vorstellen, Herr Ingerl, aber deswegen sind wir ja beieinander. Wenn Sie Anspruch auf Ersatz Ihres Verlustes haben, dann kriegen Sie ihn. Aber zunächst einmal bitte ich Sie, inständig Platz zu nehmen und dem Weitere nur auf meine Fragen zu antworten. Sie können dabei sitzen, bleiben Sie selbst. So, angeklagter Thomas Huber, Schmiedmeister aus Dürling, treten Sie vor. Sie sind kein Invalid, gell? Im Gegenteil, Sie machen einen recht kräftigen Eindruck, so ein richtiger Schmiedmeister, nicht? Jawohl, das ist er. Wo der hier hat, wachs gar groß nimmer. Bitte am Ruhe, der Ecken. Hab ich Sie schon was gefragt, Ingerl? Ja, nun, Angeklagter, vielleicht tue ich mich mit Ihnen ein bisserl leichter. Der Ingerl hat also mit seinem Drehorgel da vor Ihrem Haus gespielt und Sie haben ihm dann so ein fahrbares Musikkarium zusammengekaut. Warum denn? Haben Sie plötzlich so einen Klosterer gehabt, zum zu erhauen? So aus heiterem Himmel einen unwiderstehlichen Drang? Sie können sich selber nicht erklären, das ist einfach so über Sie gekommen. Na, würde ich sagen, der Mann spinnt entweder oder er arbeitet so boshaft wie der Teufel. Herr Kläger, bleiben Sie bloß in Gottes Namen sitzen Sie. Ich bin ja mit dem Lied noch gar nicht halber zu Ende gewesen, da ist er der Herr mit seinem großen Hammer und hat drei geschlagen wie ein Bauernstier. Gerade, wenn er wenigstens mich getroffen hätte. Aber nein, meine Orchesterapparatur haut er mir zusammen. Ja, ich möchte wissen, was er davon hat. Na, Herr Huber, wenn Sie so nett angesprochen werden, wollt Sie dann auch nicht antworten? Sie Bockegar, Bocke, Schädel, Sie Bockegar. Lassen wir es gut sein. Na, nein, Sümerfuß g'mag, lass ich nicht gut sein. Und außerdem ist der Liebhaberpreis für das Instrument noch viel, viel höher. So eine Harmonie kann man mit Geld überhaupt nicht bezahlen. Und Gottes Namen, ich zahle in der Ruhe, muss sein. Ja, das wär recht einfach, aber wir sind ja mitten in einem Gerichtsverfahren, da kann ich mit Ihrer an sich sehr schätzenswerten Zahlungswilligkeit noch gar nichts anfangen, nicht wahr? Beim Urteil komm ich dann schon darauf zurück. Ich kann doch jetzt noch nicht endgültig wissen, wie teuer die ganze Geschichte kommt, nicht wahr? Ich muss erst einiges klären. Helfen Sie mir halt dabei, nicht? Warum haben Sie dem Engel seine Apparatur da zusammengekaut? Bitte schön. Wenn Sie... Hat Ihnen das Lied nicht gefallen? Wer hatte da echt schon wieder so viel Humor, ha? Verbitte mir diese saudumme Gelächter, sondern Sie können nicht einzusehen, was rumgelacht wird. Angeklagter, antworten Sie halt endlich. Wenn Sie sich im Schutz, so ist es ein Klump. Mein, 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 ich hab Ihnen doch gerade expliziert, dass ich jetzt noch nicht weiß, wie teuer das kommt. Also gut, wenn Sie ihn nicht mögen, dann probiere ich es nochmal mit dem Kläger. Setzen Sie sich, bitte schön. Für mich ist der Mann spinnert und total unmusikalisch. Ich hab eines meiner schönsten Lieder eingestellt gehabt, die Lummer Acht, das schöne alte deutsche Volkslied. Mein Herz, das ist ein Bienenhaus. Die Mädchen sind unter dem die Bienen. Sie fliegen ein, sie fliegen ein. Ruhe, 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 Herr Kleger, nein, das ist gut, kein Beifallsgelächter da hinten. Das Licht kenn ich. Ruhe, bitte. Ja, bis dahin bin ich gekommen. Und dann ist er da her mit seinem großen Hammer. Ja, das können wir allmählich als bekannt voraussetzen. Setzen Sie sich. Na ja, probiere ich es halt noch einmal mit dem Angeklagten, dann kommen wir es her. Herr Huber, jetzt sagen Sie mal, warum mögen Sie denn dieses Liedl nicht? Das ist nicht Ihr Geschmack. Sind Sie geschämig? Humorlos? Unmusikalisch? Des nicht. Ich singe im Kirchenkater Noor und blase in der Kapelle das Albturm. Ich mag heute das Lied nicht sag, Rammut. Ja, 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 na, 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 war, nicht gar so temperamentvoll, nicht? Setzen Sie sich. Von dem kriege ich keine Erklärung, von Ihnen kriege ich keine Erklärung. Ja, wo soll ich es hernehmen? Dann muss ich es mir halt von dem Sachverständigen zu verschaffen versuchen. Wachtmeister, rufen Sie mich bitte den Herrn Professor Radlinger herein. Den Herrn Professor von der Irrenanstalt Meindelkopf. Wohl. Mein Professor, hol aber lesen. Da kriegst du gerade schlechte Augen. Da ist mir feinmal hochwertend schon lieber, als wäre so ein Professor von Meindelkopf. Ja, ja. Der erklärt jetzt nachher unseren Schmied für Narre. Mein Professor, wenn du die Wahrheit wissest. Das duld ich aber nicht, dass der Schmied einen Paragrafen kriegt. Gewisse leichtsinnige Weiberleute kehren da schon eher vor Gericht. Herr Professor, kommen Sie, Herr Professor, wir sind dran. Ja, sofort, ja. Gerade gut, dass wir jetzt Meindelkopf das Narrenhaus haben. Der Professor erklärt an jeden für ein Narrisch. Da pass auf, Frau Ursula. Da wird jetzt nachher unsere gespasset und billig. Du Dürlinger Saubär. Auch diese vierte Stufe der Paranoia scheidet aus. Paralyptische Reduktion des gesamten Sensoriums habe ich mit meiner Methode deutlich nachgewiesen. Vulgär ausgerückt oder für Juristen allgemein verständlich. Der Mann ist total verrückt. Er hört innere Stimmen, denen aber nicht, wie er eigentlich sollte nach der von mir sogenannten panurgischen Stimmen ihre Folge leistet, was aber spätestens in vier bis fünf Jahren der Fall sein wird. Ich führe weiter auf. Danke, Herr Professor, vielen herzlichen Dank. Ich muss weiter Ausführungen schon wegen des juristischen Allgemeinverständnisses. Das panurgische Sensorium manifestiert sich in siebenerlei Vähnen. Erstens. Herr Professor, ich muss Sie leider schon unterbrechen, denn Ihre Ausführungen genügen uns bereits vollkommen. So. Ja. Sie genügen. Interessant. Sehen Sie bei geschlossenen Augen manchmal tanzende Griechinnen? Tanzende was? Griechinnen. Herr Professor, es ist kein Ort für Scherze, auch nicht für wissenschaftlich-medizinisch. Ich mache keine Scherze. Ich bin der Direktor einer Landesirrenanstalt. Außerdem bin ich ein Schüler jenes Dr. Gutten, der zusammen mit seinem königlichen Patienten Ludwig II. im Starnberger See ertrunken ist. Ich verbitte mir jede scherzhafte Unterstellung. Gerade die Gerechtigkeit kommt ohne meine panurgischen Wahnvorstellungen nicht zurecht. Sehen Sie hier diesen äußerlich so gesund erscheinenden Dorfschmiedemeister. Sehr gesund, nicht wahr? Hier. Und auch hier. Herr Professor. Aber. Kommen Sie, zeigen Sie die Pupille. Sehr gesund. Aber ein durch und durch gestörter Panurgiker. Der Mann liebt die Musik, kennt und singt alle deutschen Volkslehrer. Wir haben sie in drei Tagen gemeinsam durchgesungen. Aber. Mein Herz, das ist ein Bienenhaus. Die Mädchen sind darin die Bienen. Er klingt dieses harmlose Liedchen in seiner Nähe, kommt es bei diesem gesunden Mann zu einer Katastrophe seiner gesamten panurgischen Reflexe. Noch nicht genug. Der Mann wird tätlich, ist unter Umständen sogar fähig, einen Mord zu begehen. Jetzt wird es mir langsam unheimlich. Vielen Dank, Professor. Dieser hochmusikalische Mensch hasst und verabscheut nur dieses. Mein Herz, das ist ein Bienenhaus. Die Mädchen sind darin die Bienen. Sie fliegen ein, Sie fliegen aus. Haben Sie diese spontane Reaktion des Patienten beobachtet? Ein typischer Panurgiker, wie in dem von mir verfassten Buch von den Venen der angekriegten Seele beschrieben wird, Herr Kollege. Herr Kollege, haben wir besser. Vielen Dank, Herr Professor. Kein internationaler Kollege, Herr Kollege, wäre im Stande den gefährlichen Wahn dieses musikalisch an einem Punkt schwer angeschlagenen Panurgikers zu diagnostizieren. Der Mann ist sehr gefährlich. Und er muss... Nein, nein, Herr Professor, vielen Dank. Nein, nein, er muss in meine Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen werden. Ich danke. Ja. Was muss ich? Ins neuen Haus muss ich? Sie sind ein typischer Panurgiker, wie er in meinem Buch steht. Sie haben Seltenheitswert. Mein Herz, das ist ein Bienenhaus. Das war mein erster und letzter Versuch, mit Hilfe eines sachverständigen Gutachtens aus Meindelkopf zu einem Urteil zu kommen. Ich muss jetzt ihn ins Neunhaus. Nein, schauen Sie, ich habe ja bloß gedacht, aber wenn man schon mal denkt, wenn es schon verkehrt ist, da wären wir ja gleich meine Dürlinge an Kirchenzeller wieder sympathisch. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Korbinian Kottmeier herein, bitte. Der Zeuge Kottmeier Korbinian, jawohl. Was sagen jetzt Sie, Hauberkorn? Da hörst du jetzt einmal so einer psychiatrischen Koryphäe bloß fünf Minuten lang zu und dann spürst du selber schon so einen panurgischen Reflex. Ich kenn das, Herr Rath. Herr Rath, bedeutet das, dass er nichts zahlen muss? Was von Zahlen ist überhaupt noch nicht die Rede? Doch, doch, ich rede ja nur davon. Und überhaupt, wenn er nicht zahlen muss, dann müssen die Dürlinger zahlen, die haben ihn ja raufgeschickt zum Schmied. Wie? Ja, das fällt mir jetzt erst ein. Die baut sind die Schlechten. Ja, und der Kottmeier vorn dran, der hat zu mir gesagt, in einem Lied hat er gesagt, du hast fünf Mark, du gehst jetzt rauf zum Schmied und stellst dich auf die Schmiedbrücken und spielst mit deinem Instrument das Lied vom Bienenhaus, hat er gesagt. Und wenn du das Zehnt spielst, hat er gesagt, dann kriegst du nochmal fünf Mark. Hä? Die haben ja das gewusst, dass der Schmied spielt und das Lied vom Bienenhaus gar nicht mag. Was sagen Sie da? Na, natürlich haben die das gewusst. Der hat mir sogar noch nachgeschrien, der Schmied mag vielleicht das Lied vom Bienenhaus nicht so gern, hat er gesagt, aber vielleicht die Schmiedin umso lieber. Was hab ich? Der Zeuge Kottmeier, Korbinian, Bürgermeister und Ökonat zu dir liegen. Ja, du Lund, du Schleuchter, du hast mich jetzt freis mit dem Lied nachgeschickt zum Schmied. Jetzt muss zahlen. Von dir krieg ich 80 Mark. Eha. Von dir krieg ich sogar 90 Mark. Was ist denn das für ein neumatisches Reich, dass wir als Zeuge vor Gericht jetzt selber zahlen müssen? Zeuge Kottmeier, Sie wissen um die Erkrankung des Schmiedes, ja? Ha. Wie lang ist denn der gute Schmiedmeister schon leidend? Leidend? Der und leidend? Da fällt schon eher mir was. Ruhe, Kottmeier, halten Sie mich nicht für einen Trottel, das hat vorhin schon der Professor Rärlinger probiert, gell? Sagen Sie mir die Wahrheit, Sie wissen um die Krankheit des Schmiedes und Sie haben den Kläger Stifterl angeigelt, lapsus panurgicus, den Kläger Ingerl angestiftet, dass er in dem Schmied die Raserei weckt und damit selber das Opfer dieser Raserei wird. Nicht? Und das haben Sie zu Ihrer Gauri gemacht als Dürlinger Volksbelustigung. Na, ich hätte euch kennen sollen, gell? Ja, na, Herr Rad, ein Spaß ist überall inerlaubt. Für solche Späße habe ich kein Verständnis. Puh, Teufel noch einmal. Jedenfalls steht fest, der Schmied ist seelisch krank, nicht? Hat Ihnen das der Professor vom Mendelkopf aufgeschwatzt? Jetzt glaube ich, zum Mendelkopf spinnt ja jeder. Respekt! Gell? Der Professor Radlinger ist immerhin ein schüleres Professor Dr. Gutten. Und der hat unseren Kini ins Wasser trieben. Und der Schmied Thomas ist pumperlgesund. Pumperlgesund? So wahr ich Bürgermeister von Dürling bin. Hä? Und was ist nachher mit dem panurgischen Reflex? Warum mag er denn das Bienenhaus nicht? Ja, na? Er mag halt das Lied nicht. Ja, und warum hat er mir mein Urgel verschlagen, den ich wahrscheinlich für einen glatten Hunderter nimmer krieg? Ja, ist ihm halt ein anderes Lied vorgespielt. Er ist ja sehr musikalisch. Aha, und nur dieses eine Lied, mein Haus, das ist ein Bienenhaus, das mag er nicht. Das mag er nicht. Warum mag er denn das nicht? Ja, fragen Sie ihn halt selber. Aber, angeklagt, ja? Kommen Sie mal her zu mir. So, kommen Sie näher. Und ein bisschen geschwinder, kommen Sie ganz her zu mir. Sehen Sie mir in die Augen. Mein Haus, das ist ein Bienenhaus. Die Mädchen sind darin, die Bienen. Lassen Sie es gut, Herr Richter, sonst rutscht man da tot und aus. Sakramut, hast du ein panurgischer Reflex? Der Mann ist verrückt. Setzen Sie, setzen, setzen. Ja, also, wenn ich von den Männern die Wache nicht erfahre, dann muss ich sie mir halt von der größten und ergiebigsten Auskunft in Dürling holen, von der Pfarrhaushälterin. Wachtmeister, rufen Sie mir bitte die Zeugin Ursula Attenberger. Die Zeugin Ursula Attenberger, jawohl. Schuld dran sind ja niemals die Mannsbilder. Schuld dran sind immer gewisse Laustierndln, die wo sich noch was einbilden, wenn ihnen die verheirateten Männer nachlaufen. Aber dass das die größte Sünde ist, wo es überhaupt gibt, wenn sich eine mit einem verheirateten Mann hineinlässt, das predigt unser Herr Pfarrer viel zu wenig. Nein, Schmiedin, du hast mir schon leid. Wieso? Aber eigentlich geschichtster recht. Ich habe dir vor 15 Jahren schon gesagt, du sollst ins Kloster gehen. Aber nein, einen Schmied hast du nicht mehr müssen. Jetzt hast du ihn. Die Zeugin Ursula Attenberger, Pfarrhaushälterin, zu Türling. Jetzt musst du ihn haben. Ja, ja, die guten Bienen, sonst sind wir Menschen alle, weil die sind ja. Ich bitte um Verzeihung, Schmiedi. Ist schon gut. Ihr seid genug gestraft worden. Also, Herr Richter, wir haben 25 Bienenvölker im Pfarrhof, seitdem wir die Ökonomie verpachtet haben. Denn die Hähner habe ich ja schon vorigeschaut. Ich weiß, ja. Jetzt haben wir also nur noch diese 25 Bienenvölker. Aber diese Bienenvölker sind ja viel zu wenig. Weil so viele Bienen kann ich ja gar nicht halten, was in Türling gesündigt wird. Meinen Sie vielleicht, der Schmied Thomas ist der einzige schwere Sünder in Türling? Nein, in jedem Haus ist einer da. Wenn da meine Bienen immer gleich zustechen würden, dann hätte ich bald kein einziges Pfund Honig im Haus. Ja, Ruhe, Frau Ursula, der Kausalnexus von Bienen und schwerer Sünde ist mir nicht ganz klar. Ich halte es aber für möglich oder sogar wahrscheinlich, dass Sie wissen, warum der Angeklagte dieses Lied nicht macht. Das da heißt, mein Haus, das heißt, mein Herz, entschuldige Sie, das ist ein Bienenhaus. Die Mädchen sind darin die Bienen. Ja, das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Weil ein junger Bienenspam von unseren Bienen ihn, in dem kleinen Wald hinter unserem Haus, den ganzen Hintern der Stocher hat, bei der Todsünde des Ehebruchs. Hör mal, Ruhe, ja, mach einen Schwitz. Da täten Sie das Lied auch nicht mehr mit, Herr Rauch. Ja, ich rief, ich sage das, ja, da tut er mir direkt leid, der Schmuck, ja, hält es nur zusammen, das Dreckbären. Was an diesem Dreckbären darf ich nicht gehört haben? Also, mir der Barm der gar nicht. Unsere junge Bienenkönigin, die wo gerade auf ihrem Hochzeitsflug hinaufgeschwebt ist in den Himmel, die hätte sich aber erst wieder runtergekommen ist auch woanders hinsetzen können, nicht? Irgendwo in den Wald. Aber nein, die hat schon gewusst, was sie zu tun hat. Die hat sich auf den Hintern von den unkeuschenden Sündern gesetzt und ihre 150.000 Bienen, die haben sich dazugesetzt. Bis dann auf die Hilfe rufe ich hin, ich und der Herr Pfarrer den jungen Bienenschwarm reingehört haben in einen Korb mit einem Lederlschmied. Nein, das war ein Anblick. Unser Schmied hat drei Wochen lang nimmer sitzen gebetet. Unser Depp mit dem Lied noch her. Ich kann das Bienenlied nimmer hören. Ja, das kann ich Ihnen nachfühlen, Herr Angeklagter, wenn so ein ganzer Bienenschwarm auf einen zukommt, ne? Seid Sie raus. Frau Kusler, also wenn ich nicht wüsste, dass das nicht möglich ist, nachdem ich tatsächlich sage, dieser Bienenschwarm war von Ihnen dressiert. Ja, merkt's denn ihr nicht, dass das ein Wunder gewesen ist? Wunder. Weil meine Bienen diese unkeuschenden Sünden bestraft haben. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Lusler. So, bitte aufstehen. Verkündet das Urteil. Im Namen seiner Majestät des Königs beziehungsweise des Königlichen Urheiter, sein Prinzregent, ergeht folgender Spruch. Der Angeklagte wird wegen bereits hart verbüßter Schuld freigesprochen. Die anfallenden Kosten für das Verfahren allerdings, so wie die für eine neue Drehorgel, tragen der Angeklagte und, tja, wer denn wohl noch? Na, der Herr Bürgermeister Kottmeier und seine humorvollen Freude. Die Sitzung ist geschlossen. So, Kottmeier, auf der Steigriege von dir sind Hunder da. Sie sind allst gut herab, wie mein Hochwürden. Gott sei Dank denken meine Bienen anders. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat Ewen Mandeln geschickt. Also, Herr Pfarrer, ich muss schon sagen, einen besonders guten Geschmack haben Ihre Bienen ja nicht bewiesen. Wenn die sich als Rastplatz da einen nackerten ... Herr Pfarrer! Verzeihung, liebe Frau. Trotzdem, ich komme schon mal wieder raus nach der Ligen Besuchsee. Schon deswegen, weil ich von der Freund Ursula mal wieder so einen ganz ausgezeichneten Kaffee trinken möchte. Das muss man nicht lassen. Das ist exklusiv. Das werden Sie gar nicht antun. Die Frau ist meine, ihr Kaffee ist auch hervorragend, aber die Stärke dieses Hauses ist natürlich das Fäufste hier, was es unschlagend macht. Na, ich trau mich aus, Herr Pfarrer. Mir kann nichts passieren, ich habe ein gutes Gewissen. Ja, da ist er schon wieder, eine Pfarrerbiene. Ja, sie sind so gut. Entschuldigen Sie, für was diese. Na, das ist ein Wipps. Eine Liebezeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu dieser Szene im königlich-weirischen Amtsgebiet. 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 Amtsgebiet.